herzlich willkommen eulen freunde zu animal crossing new horizons ja heute ist der zweite juni ich weiß ich weiß leute die folge wurde vor aufgenommen also gestern bzw für euch gestern für mich heute genau denn ich habe morgen keine zeit habe auch keine zeit morgen irgendwas hoch zu lernen oder so was denn meine eltern kommen zu besuch weil ich ziehe um und wir bringen schon mal viel zeug weg ja und die kommen halt morgens und ich weiß nicht wie lange die bleiben deswegen bin ich lieber auf der sicheren seite und nehme jetzt was auf und wir werden heute angeln es gibt insgesamt warte ich zähl mal eben 7 7 10 11 12 13 14 neue fische und 1 2 3 4 5 6 neue insekten wir werden heute fischen und nebenbei werden wir hier auch diese dinger hier aufsammeln ich glaube wir fischen aber nicht hier sondern da hinten links von der insel oh was ist das denn eine neue muschel sommermuschel oh cool muss man jetzt aufpassen hier ja es gibt auch neue neue form von fischen die im wasser sind ich bin gespannt was wir hier schönes finden werden das ist auf jeden fall der ist nicht allzu neu ne bist du auch mal ne ne stache stache schnecke könnte auch neu sein ich glaube ich sammle mal die muscheln einfach mit auf sicher ist sicher und teppich muscheln beobachte ich auch hier also versuche ich äh ne aufzupassen dass ich hier welche finde so da haben wir so ein aber guck mal unter mir ist direkt ne dings versuchen wir gleich zu holen aber mindestens ein ziel ja also ein fisch möchte ich haben also 20 minuten nehme ich heute auf äh genau muss gleich noch mein kopf dungeons aufnehmen so für morgen was haben wir da eine makrele okay okay eine makrele so schaffel zack gib mir die teppich muschel so denn links haben wir einfach mehr möglichkeiten zu angeln da haben wir auch keinen nervigen flughafen der im weg ist im fluss gibt es auch ein paar fische ich glaube vier vier an der zahl und es regnet ich weiß nicht ob das gut ist für uns oder nicht das werden wir noch sehen das werden wir noch sehen oh oh der ist neu nee oh gott der ist gar nicht neu ich war der meinung ich hätte ihn noch nie gesehen guck mal unsere farm hier die wächst schon langsam das ist sehr schön sehr schön mit anzusehen hier very very gut hallo barmela ich weiß ich ignoriere dich aber hat auch einen grund du musst nämlich weg hier weg weg aus dem nimmerland so komm gib mir was gutes hier da haben wir nochmal so eine sommermuschel oh da hab ich zu früh zu früh reingeholt die angel ich weiß nämlich jetzt nicht was hier neu ist sand dollar ist natürlich nicht so neu oh der ist aber klein seeengel bist du wieder da nee ne ich glaub nicht gibt es überhaupt kleine fische hier mehr die neu sind ein seepferdchen das haben wir glaube ich schon äh warte riesig riesig groß 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 oh ne der ist schon teich riesig 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 okay sieht nicht ganz so gut aus hier mit kleinen fischen im meer okay im meer ist kein kleiner fisch okay hier sind nur große okay das ist ja schon mal gut zu wissen aber irgendwie gefällt mir das wetter echt schön also ich mag regen ja das heißt man muss nicht gießen manche beschweren sich immer wenn es auf der insel immer regnet aber ich hab ich hab echt nichts gegen regen guck mal vor allem das unkraut das sieht echt schön aus aber nur wegen dem sommer wegen dem sommer hier ist ja gar nichts was das denn wir haben jetzt da 10.000 verschiedene äh ne dings die bumsis aber komm einen neuen fisch möchte ich ganz gerne haben ist das wetter steht das wetter irgendwo ne ne da steht nirgends für was für ein wetter okay dann ist das wetter wohl auch nicht ganz so entscheidend du bist zu klein ich kann schon gar nicht mehr reden Leute du bist auch zu klein weg mit dir hier da hätten wir ein kleiner fisch brauchen wir aber nicht noch nicht brauchen wir was größeres was großes oh du bist auch zu klein man 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 komm Alter gibt es hier nur noch kleine fische oder was ist doch hier ein scherz Mann immer wenn ich hier angeln will immer wenn ich angeln will ah ja heute war auch die pokémon also der pokémon trailer zum zu den neuen DLCs ist draußen ja okay war in Ordnung der trailer hat mich jetzt nicht so umgehauen weil viel neues wurde nicht gezeigt finde ich wurde was neues überhaupt gezeigt außer das Erscheinungsdatum 17.06. in 15 Tagen äh ne ich glaube da wurde fast gar nichts neues gezeigt außer vielleicht paar neue Orte aber okay die hätte ich dann später auch gesehen also ist irgendwie nichts nichts wirklich neues dabei gewesen da haben wir hier nochmal ein Seebarsch oder was ne ein wo Dings ne Kaiserschnapper hieß er genau so ich nehme mit denn man weiß nie wann man hier nochmal Dingses braucht Dingses ähm hier Gott wie nennt man es denn nochmal ich weiß es nicht mehr Leute ich weiß es nicht mehr ich bin auch ein bisschen fertig heute hab heute nämlich schon relativ viel gepackt äh ja genau deswegen ist meine Stimme auch schon ein bisschen angeschlagen heute denn mein Leben ist hart Leute wirklich wie vor haben wir 17 Uhr schon 17 Uhr und ich hab heute Pizza bestellt genau genau oh guck mal was haben wir hier denn eine Goldmakrele ja gut immerhin schon mal etwas ne die Goldmakrele brauchen wir eigentlich diesen Monat nicht mehr so du gehst auch weg oh da hinten Geschenk oh oh das krieg ich glaube ich nicht oder oh äh wir holen erstmal das Geschenk und danach holen wir dieses komische Flossending okay okay ich bin gespannt ich bin gespannt das ist zum Beispiel eine neue Form es ist alles gerade daneben willst du mich verarschen Fisch okay dann hier bitteschön jetzt aber oh Gott ich bin schon wieder nervös okay ich hab ihn oh Gott ich hab ihn passt es nicht was haben wir ein oh oh der sieht ja cool aus ein Sägehai freu mich unsäglich oh der sieht ja cool aus den will ich präsentieren der sieht ja mega cool aus präsentieren dann machen wir so ein Thumbnail äh da da cool sehr cool was haben wir hier drin ein Design Pulli ja können wir auch tragen cool haben wir schon mal einen Fisch einen Fisch von bla 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 wie vielen Sägehai kann ich den eigentlich schon mal streichen hier warte können wir es hier überhaupt bearbeiten ich weiß es gerade gar nicht bearbeiten hier und dann war das der Sägefisch hier kann man gar nicht so wirklich bearbeiten okay dann nicht Fotos ich dachte da könnte man vielleicht was bearbeiten scheint aber leider nicht nicht der Fall zu sein dann merke ich mir es oder oh zeichnen man kann zeichnen okay hab ich hab ich umkreist den haben wir schon super sehr gut dann geht's weiter hier auf der Suche na du gehst auch weg danke da haben wir noch einen uh ah entweder mit Glück oder nicht Glück hier das ist diesmal oh mein Gott ja ein Hai ein heikliger Fang Hai cool den haben wir auch direkt das ist auch sehr cool wow Hai ey der sieht ja auch cool aus komm von dem mache ich auch mal eben Foto hier aber am Steg so zeig mal her den schönen Hai präsentieren ah cool ey wie macht man Fotos also ich hab schon wieder bisschen vergessen oh 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 das ist der Goliath Käfer den brauchen wir auch nein okay dann nicht äh du gehst mal weg so super er ist weg der ist schon mal weg okay schade der Goliath Käfer wäre cool gewesen vielleicht trifft man sich nochmal wieder aber vielleicht auch nicht vielleicht auch nicht aber wir haben ja hier paar Dinger so was bist du komm her komm komm zu Papa in die Fritöse in die Fritöse das ist ein okay das ist nichts besonderes Schnabelbarsch oh meine Ange ist kaputt da brauche ich eine neue oder habe ich noch eine ne ich habe keine okay dann gehen wir mal eben hierher können wir schon mal den Hai hier ablegen platzieren oh okay dann platzieren wir die so und nochmal platzieren sehr schön sehr sehr schön äh da hinten kommen wir glaube ich noch nicht runter müssen wir doch hierher rennen achso kommen wir ja gar nicht vorbei ja vielleicht mache ich ja dort noch irgendwann eine Treppe vielleicht oder wie gesagt wir machen hier mal ein Loch rein damit wir da durchlaufen können ich glaube das ist am schlauesten erstmal ja so die Bogen kann kaputt gehen ist mir egal ist mir egal hallo hallo Leute ich brauche wieder angeln ja ich habe schon lange hier keine Angel mehr gekauft ne deswegen kaufe ich mal direkt zwei Leute was haltet ihr davon mehr Geld für euch nehm ich so danke danke ich habe auch gehört es gibt dieses Jahr keine Nintendo Direct mehr ich weiß nicht ob das so stimmt aber wenn es wirklich keine einzige dieses Jahr geben sollte das wäre schon bisschen traurig also es kommen noch große Spiele jetzt wurden auch irgendwelche Spiele wieder geleakt worden also sind geleakt worden äh bei Amazon Amazon hat nämlich wieder ein paar Spiele gelistet die noch nicht angekündigt worden sind und das ist ja meistens immer der Fall vor einer Direct und deswegen kann es sein dass irgendwann die Tage einfach nochmal ein paar Spiele gedroppt werden oder dass das die Spiele der Publisher sind äh hier Bandai Namco und sowas und dass deren IPs dann sind das kann auch sein also da waren auch welche da drunter tatsächlich ich glaube sieben Spiele noch von Nintendo und dann noch 14 von anderen Publishern die für die Switch sind irgendwelche AAA oh da ist ein langer uhuhuhu was haben wir denn hier oh der ist schön lang oh das könnte ein All sein gibt es denn überhaupt ne gibt es nicht ok was bist du eine Hyrene oder wie die hier hießen könnte das auch sein Myrene hießen die was ist das eine ja eine Nasenmyrene ha oh ich bin so gut Leute ich hab's gewusst ich hab's gewusst cool so was fehlt uns jetzt noch mehr mehr fehlt uns noch der Schiffshalter der Walhai der Walhai und der Hammerhai oh der Hammerhai ich glaub der ist am gefährlichsten hier oh da war ne Muschel da war ne Muschel nur für den Notfall Leute wenn ich die nicht fangen sollte diesen Monat damit ich die dann auf jeden Fall noch kriege der Goliath Käfer ist uns ja leider entwischt sehr schade sehr sehr schade aber das kriegen wir noch Käferlein warte nur ab warte nur ab hallo geh weg Fisch ok dann bleib da dann bleib da so oh Gott Entschuldigung Fisch ich wollte dich nicht erschrecken haben wir auch noch einen Fisch der ist aber auch zu groß der Fisch schwimmt da noch herum der ist zu weit im Wasser hier haben wir einen kleinen Fisch den brauchen wir auch nicht den da hinten auch nicht komm komm gib mir doch noch einen großen Fisch Leute oder einen großen Fisch in 5 Minuten schaffen wir das wohl noch ich weiß es nicht aber der Regen der sagt Boritz glaub an dich glaub an dich aber eigentlich müsstest du jetzt erstmal was trinken bevor du hier noch einen Fisch fängst ok lieber Gott ich werde jetzt gleich erstmal was trinken ja da könnt ihr große Fische spawnen ok dann trinke ich mal eben was mein Gott ihr habt mich ja überzeugt ok ich werde euch wundert wieso heute kein Tee Tee ist momentan jeden zweiten Tag weil ich nicht mehr so viele Teebeutel habe und ich nicht mehr einkaufen möchte vor dem Umzug ja Leute das ist mein größtes Problem deswegen ernähre ich mich momentan von Liefer-Servicen oder ich mache Kuchen wenn ich Hunger habe vor allem wenn ich dann abends Hunger habe guck mal da haben wir auch einen großen Fisch also einen größeren ich bin gespannt komm bitte was cooles du 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 oh ist ein kleiner Fisch merkt er schon sehbar schwar ja klar wir suchen glaube ich auch nur noch ah doch ne der war Teich wir suchen nur noch Fische mit Rückenflosse ok ah guck mal hier haben wir nur einen so komm komm an den Land oh da war ich zu langsam da war ich überrascht Leute da war ich einfach überrascht und überfordert dass er sofort angebissen hat denn das nervt mich am meisten tatsächlich früher war es so immer bei dem dritten Stupser muss man die fangen immer beim dritten Stupser aber hier in New Horizons ist es manchmal auch der erste und das ist richtig seltsam finde ich auch seltsam Leute oh guck mal wir haben nur einen Platz frei oh komm Fischi oh wir haben großen den brauchen wir leider nicht mehr deswegen kannst du weg sorry einmal gefangen und schon bist du wieder unwichtig so ist das harte Fischleben ey ich meine es gab auch schon hier Aufforderungen äh das Animal Crossing Crossing äh Eugen oder Eugene ja wie mich welche in den Kommentaren verbessert hat haben ja dass er Eugene heißt es ist mir egal ob er Eugene oder Eugen heißt ja ich spreche ihn Eugen aus ja weil Deutsch Deutsch danke danke Deutsch so das möchte ich mal eben hier einmal erwähnen ja denn nicht nur ich spreche ihn Eugen aus ich habe so viele Let's Plays schon früher gesehen ja jeder hat ihn Eugen genannt ja Taiwafi nennt ihn Eugen Zombie nennt ihn Eugen äh Mr. Moor auch und Rest auch ja da darf ich den ja wohl Eugen nennen oder also ich sehe da kein Problem Leute ich sehe da überhaupt kein Problem dass ich den Eugen denn oh ne da war schon wieder ein Käfer Leute guck mal ihr macht mich hier schon wieder aggressiv ah guck mal da ist noch ein Käfer und ein Geschenk das schaffen wir uns gleich ich hab dich was bist du ein oh ein Japan Rosenkäfer okay Japan Rosenkäfer hier bisher sehr schön sehr schön äh das Geschenk das schnappen wir uns noch und dann war es das mit diesem Part wir haben richtig viel geschafft finde ich also wir haben schon mal viele Tierschieren gefangen oh ich hatte gerade einen Schluck auf und wie gesagt ich werde ihn weiter Eugen nennen ist mir völlig egal ja was ihr dazu sagt ich werde ihn Eugen nennen och ne jetzt ist hier auch noch hier nimm ne Koralle bitteschön so was haben wir drin bitte ein Rezept ein Sommerrezept wär cool okay irgendeine Hose okay okay Leute dann geben wir eben noch das Zeugs ab geht da schnell so cooler Hai komm mit du kommst auch ach so ach man hier ablegen so ach man ablegen jetzt aber danke mein Gott ach ich bin größer als Inventar Leute bitte Nintendo bitte neues Update ja 50 Items hört sich doch viel viel besser als 40 oder naja hier ich hätte da was ach jetzt habe ich ich hätte da was angeklickt das wollte ich nicht einklicken anklicken ich wollte ich wollte was stiften Herr Eugen es tut mir leid Eugene es tut mir leid Eugene ist das ein kacken Name Eugene ne kann ich nicht sagen hier bitte nimm die nimm die kacke jawohl nimm's nimm's bitte aber bitte sie brauchen die stücke nicht einzeln ja 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 ich weiß ok Leute das war es dann mit Ending Crossing wir sehen uns also für mich übermorgen wieder aber ihr könnt natürlich morgen auch gerne einen Kommentar einschreiben dann sehen wir uns morgen und wir sehen uns dann bis dann euer Kamito haut rein und ich gehe jetzt hier auf tschüss dödöldöm Vielen Dank.